So, guten Tag, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Silber auf 10, Jahreshoch, welche Minen jetzt kommen? Abgebildet sehen wir hier den Silber-Chart relativ zum S&P 500. Wir sehen hier diesen massiven Abschwung seit 2011, findet jetzt einen Boden. Und wir sehen hier gab es schon mal einen wahnsinnigen Anstieg von Silber relativ zum S&P 500. Guten Tag, mein Name ist Urban Jekle. Wenn Sie kein Video mehr verpassen wollen, können Sie hier rechts unten meinen Kanal abonnieren. Es geht los mit diesen Themen. Wir schauen zunächst auf die Inflation. Die Inflation hat mehrere Ursachen, zum Beispiel die ganzen Zentralbank-Geldmengenausweitungen. Das führt im Endeffekt zu einer Rückkehr der Rohstoffe. Die Rohstoffe, die schauen wir uns heute ganz genau an, zunächst Gold, weil Gold so der wichtigste Rohstoff ist. Man sagt ja quasi eine Ersatzwährung, aber danach auch die Rohstoffe wie zum Beispiel Kupferrohöl, aber dann vor allen Dingen Silber, was die letzte Zeit am meisten gestiegen ist. Und das führt uns zum Schluss auf die Frage, ob es gute Aktien gibt im Bereich von Gold und Silberminen. Da habe ich so eine Liste erstellt aus dem ETF heraus. Und ich denke, das sind ganz interessante Themen. Los geht es mit der Inflation. Im Endeffekt der Ursprung allen Übels, wie man so schön sagen könnte. In der Eurozone ist die Inflation jetzt im Mai auf Jahressicht wieder gestiegen von 2,4% auf 2,6%. Wenn wir das hier so sehen, hier eine Inflation, die runterkommt, bedeutet im Endeffekt für den Verbraucher nicht, dass jetzt die Preise runterkommen. Das bedeutet nur, dass sie weniger stark steigen. Also hier sind die Preise also um 6 bis 10% gestiegen. Und wenn das jetzt hier runter geht, steigen die Preise nur noch in Anführungszeichen um 3%, jetzt im Moment von einem hohen Niveau. Und wir sehen, dass hier dieses kleines Fizzelchen hier rechts, die Inflation, bleibt resistent. Und das hier liegt zum Beispiel auch an den Frachtraten. Wir erinnern uns an Corona. Da hieß es also, es ist ja temporär, dass da Lieferkettenengpässe gibt. Und die Frachtraten so teuer werden, im Moment sind die Frachtraten wieder deutlich am Steigen aus Shanghai. Aber vor allen Dingen liegt Inflation halt an diesen massiven Geldmengen, die mit Corona nochmal deutlich erhöht wurden und die jetzt kaum zurückgefahren werden. Wir haben expandierende Geldmengen. Das sind oben überall die weißen Kurven, und zwar querbeet durch alle großen Industriestaaten. Kanada, Australien, USA, Europäische Union. Und die Geldmengen, die wachsen an, obwohl eigentlich die Zentralbankbestände zurückgefahren werden. Also sprich, wenn es Zinserhöhungen gibt, dann wären vereinfacht gesagt eigentlich Zentralbankbestände zurückgefahren. Wir sehen aber, dass diese massiven Ausweitungen von Corona, die hier so kamen, die werden kaum wieder aufgefangen. Und trotzdem gleichzeitig gibt es fiskalische Maßnahmen, also Steuererleichterungen. Und die Geldmengen steigen durch die Bank. Also eigentlich sind so kleine Mogelpakete von den Staaten. Und das bildet sich alles in den Märkten ab. Aber es gibt ja auch immer so Verfechter, die sagen, okay, dann kommt BRICS mal als Alternative zu den USA. Und da schauen wir jetzt einfach mal auf China. Und China ist doppelt so schlimm wie die USA. Also China ist von daher von der Geldpolitik wirklich nicht besser als die USA, sondern doppelt so schlimm. Wir sehen hier die Geldmenge in den USA, die ist doppelt so weit ausgeweitet worden in den USA. Während die Wirtschaft von China gleichzeitig schwächer ist, ist ungefähr 40 Prozent so schwächer vom Bruttoinlandsprodukt als die USA. Oben in Weiß sehen wir die USA. Und die USA ist die letzten paar Jahre gewachsen. Noch stärker auch zum Beispiel durch diesen Inflation Reduction Act. Also dass man da zusätzliches Geld, zusätzliche Konjunkturmaßnahmen getroffen hat, um die Konjunktur anzukurbeln. Und gleichzeitig ist China hier zurückgeblieben. Ist zum Beispiel zurückgeblieben, weil die USA natürlich gegen China kämpft. Aber das sind auch hausgemachte Probleme von China natürlich. Nämlich diese Abkehr von dem Kapitalismus, der Hausarrest von Jack Ma und so weiter. Und natürlich auch diese ganze Immobilienkrise und diese ganzen Probleme. Wie auch immer, wir halten fest, Chinas Wirtschaft ist deutlich schwächer als die der USA. Und sie hat eine deutlich höhere Geldmenge. Insgesamt führen diese ganzen Geldmengen, die weltweit ausgeweitet werden, dazu, dass die Rohstoffe immer wichtiger werden. Im Vergleich vor allen Dingen auch zum Beispiel zu Anleihen. Und da schauen wir jetzt mal auf ein paar Charts. Zunächst mal Chinas Goldrausch. Also wir sehen den Goldpreis, wie China quasi Gold kauft und gleichzeitig die Holdings an US-Anleihen reduziert. Und zwar massiv, eigentlich schon 2012 hat es angefangen. Aber die letzten paar Jahre hat es sich noch beschleunigt. Also rein ins Gold, aus chinesischer Sicht, Abbau von US-Anleihen. Und gleichzeitig sehen wir jetzt, dass das zum Beispiel dazu führt, dass die Rohstoffe relativ zu Anleihen, hier aus diesem langjährigen Abwärtstrend, der schon seit 1970 besteht, nach oben ausbrechen. Und wir sehen, dass die letzten 20 Jahre die Rohstoffe schon so gut sind wie die Anleihen. Nachdem sie eigentlich hier 30 Jahre, also vor allen Dingen diese goldene Phase der Anleihen, von 1980 bis 2020, waren die Anleihen immer besser als die Rohstoffe. Also das liegt auch zum Beispiel daran, dass es da eine Globalisierung gab, dass es für die Industriestaaten natürlich super war, dass so Märkte wie China, die haben deflationär gewirkt, weil immer billige Produkte herkamen. Aber das ist langsam vorbei. So die letzten 20 Jahre sehen wir, dass die Rohstoffe jetzt so parallel gehen wie die Anleihen. Und jetzt sind die dabei, nach oben auszubrechen gerade. Und auch relativ zu den Aktien sehen wir hier so ein Doppeltop. Also hier diese Technologieblase im Jahr 2000. Dann eine Rückkehr der Rohstoffe und der Sachwerte bis zu 2011. Und seit 2011 laufen die Technologiewerte wieder besser und sind jetzt hier wieder an einem ziemlichen Hoch angekommen. Aber man muss dazu sagen, im Moment ist es halt auch so, dass die Vermögensberater kaum in diesen Hard Assets drin sind wie Gold und anderen Rohstoffen. Und deswegen gibt es da einen deutlichen Nachholbedarf. Das sehen wir hier. Also nur 0 bis 1% haben sehr viel Investment. Und die meisten Vermögensverwalter sind aber kaum in Gold investiert. Die haben 0% oder 2% in Gold. Also hier gibt es einen massiven Nachholbedarf. Gleichzeitig apropos Gold. Das ist relativ knapp. Also natürlich kann man immer wieder neues Gold fördern, aber es wird immer schwieriger. Die Qualität der Reserven von den Minen, die nimmt immer mehr ab. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Hier oben. Dass es immer schwerer wird, neues Gold zu fördern. Weil die Qualität immer schlechter wird. Wenn wir das alles mal zusammenfassen, dann könnten wir im Moment vor einem neuen Goldzyklus stehen. Es gab, wenn man das mal so unterteilt in Phasen, gab es den ersten massiven Goldzyklus in den 70er Jahren. Mit diesen drei Inflationsphasen, als das Gold im Endeffekt von 30 Dollar auf 1000 explodiert ist. Das war natürlich auch zusammen mit der Abkopplung von dem Dollar vom Gold, was ja davor Gold passiert war. Das ist ja eigentlich losgegangen mit dem Vietnamkrieg, dass dann die USA ein bisschen mehr Geld gebraucht hat. Und dann zu 1970 wurde das ungefähr aufgegeben. Dann gab es im Endeffekt hier diese lange, lange Seitwärtsphase in den 80er, 90er Jahren, als es mit Anleihen halt auch sehr gut funktioniert hat. Die Phase der Globalisierung. Und dann gab es trotzdem den zweiten Goldzyklus aufgrund von diesem Nachholbedarf vom Jahr 2000 bis 2011. Und jetzt sind wir in der Phase, dass das Gold jetzt zum nächsten Zyklus anläuft. Und der hat einige fundamentale Gründe. Ein paar haben wir besprochen. Ein paar kommen jetzt noch hier dazu. Nämlich das eine ist, dass die Zentralbanken natürlich hier Nachholbedarf haben. Die hatten in den 70er Jahren 75% Golddeckung ihrer Währungsreserven. Im Moment sind sie nur noch bei 20% Golddeckung. Die haben hier massiv abgebaut in ihren Goldreserven in den 80er, 90er Jahren. Und jetzt hat sich aber so ein Boden gebildet und die Zentralbanken fangen an zu kaufen. Zum Beispiel haben die hier 3,2 Billionen gekauft. Und vor zwei Jahren hatte ich noch dieses Bild hier drin. Da war zum Beispiel hier Macron, der gesagt hat, wir müssen jetzt unsere Goldreserven auflösen. Wir müssen damit einen Bailout in Afrika, also Pleite in Afrika verhindern. Und ich weiß nicht, was er gemeint hat. Vielleicht hat er damals den Niger gemeint, da könnte er jetzt schön noch ein bisschen Gold hinschieben. Nee, das war natürlich ironisch gemeint. Also wir sehen, zu was so Politiker fähig sind. Da herrscht oft ziemliche Unfähigkeit. Und nichtsdestotrotz, wir müssen schauen, was die Zentralbanken machen. Und wir sehen hier, dass die Zentralbanken immer mehr Gold akkumulieren, während sie US-Anleihen langsam abbauen. Und warum sie die abbauen, das sehen wir auch nicht nur daran, dass sie einfach die USA nicht mögen, sondern das hat auch den Grund, dass es die 60-40 Portfolios, also 60% Aktien, 40% Anleihen, wenn wir von den Bewertungen schauen, dann sind die jetzt historisch gesehen eher hoch bewertet. Und von daher macht es auch schon Sinn, ein bisschen zumindest sein Kapital zu streuen und von diesen eher höher bewerteten Anleihen vor allen Dingen rauszugehen, Richtung Edelmetalle und Rohstoffe. Und wir schauen jetzt mal auf andere Rohstoffe, weil wir haben jetzt vor allen Dingen die ganze Zeit auf Gold geschaut. Und andere Rohstoffe sind relativ zum Gold noch unterbewerteter, weil das Gold ist ja schon relativ gut gestiegen. Und andere sind da eher noch am Anfang. Wir schauen zum Beispiel vom Rohöl. Hier das Rohöl-Gold-Verhältnis ist eher am unteren Rand. Also das war zum Beispiel schon mal hier höher, so um das Jahr 2000 war das viermal höher. Da war also Öl teuer relativ zu Gold. Und im Moment ist eher Öl günstig relativ zu Gold. Und dafür sorgen natürlich auch die USA, die massiv ihre Ölproduktion hochgefahren haben. Aber dafür sorgt natürlich auch Russland, was massiv Geld braucht für seinen Krieg. Und deswegen im Endeffekt ist das Öl gerade relativ günstig. Und wir sehen nichtsdestotrotz hier aus dem Corona-Tief, wo es ja am Terminmarkt negative Ölpreise gab, ist das Öl sehr stark gestiegen, konsolidiert jetzt. Man kann nicht sagen, dass der Ölpreis zusammenbricht. Das sieht eher so aus, als es hier konsolidiert und irgendwann mal den nächsten Schub geben wird. Und das wird dann natürlich auch insgesamt wieder für die Inflation wichtig werden, ob das Öl wirklich nach oben ausbricht. Weil das macht natürlich für alle möglichen Lebensbereiche, geht direkt in die Inflation rein. Zum Beispiel Benzin natürlich und so weiter. Und alle möglichen anderen Energien schlagen sich sofort für den Verbraucher negativ nieder. Das zweite sind die Agrarrohstoffe. Wir sehen, dass die Agrarrohstoffe relativ zum Gold so einen jahrzehntelangen Abwärtstrend haben. Und dieses kleine Fitzelchen zeigt eigentlich, dass sich gerade die Agrarrohstoffe nach oben bewegt haben. Das ist im Endeffekt dieser Anstieg. Aber wir sehen, es ist zusammen mit dem Gold quasi. Die letzten vier Jahre sind die Agrarrohstoffe auch gestiegen. Und dann sehen wir nicht zuletzt noch das Kupfer. Da sehen wir eine Bodenbildung relativ zum Gold. Und Kupfer ist natürlich ein wichtiges Industriemetall. Und natürlich auch ein Indikator zum Beispiel, ob eine Rezession kommt oder nicht. Und wenn wir da jetzt drauf schauen, das Kupfer ist jetzt gerade aus diesem Keil hier, kann man hier so ein Dreieck vorstellen, ist es nach oben ausgebrochen. Das Kupfer deutet natürlich jetzt nicht gerade darauf hin, dass wir in eine Rezession reinkommen. Dafür sorgen auch diese ganzen fiskalpolitischen Maßnahmen natürlich. So, Schiele. Ein Grund ist natürlich, warum das Kupfer steigt, ist auch, dass die Produktion nicht so schnell hochgefahren wird. Zum Beispiel Schiele hat hier von 2020 während Corona bis 2022 die Produktion runtergefahren und braucht jetzt ein bisschen Zeit, bis es die Produktion wieder hochfahren kann. Das heißt, wir haben weiterhin ein Angebotsdefizit bei vielen Metallen. Und Schiele ist für Kupfer, was auch der Raum für Öl ist, macht derzeit 27% der weltweiten Produktion aus. Und auf der anderen Seite die Nachfrage. Kupfer ist wichtig in Elektroautos, elektrischen Heizungen und natürlich auch für die KI, für die ganze Elektrifizierung der Welt. Was natürlich auch wichtig ist, zum Beispiel für Uran und Kernkraft. Darauf gehe ich jetzt heute aber ausnahmsweise nicht ein. Aber dafür jetzt auf Silber. Und zu Silber habe ich ja schon sehr viele Videos gemacht, schon vor ein paar Jahren. Und jetzt sieht es im Moment so aus. Gold hat zuerst einen neuen Rekord aufgestellt. Kupfer ist hinterhergekommen. Und jetzt hat aber Silber seinen großen Moment. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Minen hinterherlaufen. Zunächst schauen wir hier mal Silber relativ zu Gold. Obwohl es die letzten zwei Wochen ein bisschen konsolidiert hat. war es relativ zum Gold der beste Monat seit Mai 2020 mit plus 12% Outperformance Silber relativ zu Gold. Auch das deutet nicht direkt auf eine Rezession hin. Weil Silber ist ja das Industriemetall. Hat zwei Funktionen. Einerseits ein Anlagemetall und andererseits ein Industriemetall. Während Gold ja eher nur das Anlagemetall ist. Und das Silber ist jetzt auf dem 10-Jahres-Hoch. Und wir sehen es hat diese Seitwärts-Trendlinie nach oben durchbruch. Und was ähnliches gab es ja schon mal 2006 bis 2010. Wo dann dieser massive Ausbruch von 20 auf 50 US-Dollar gekommen ist. Im Moment haben wir die 30 Dollar überschritten. Das heißt hier dieser Bereich 50, 60 Dollar ist in den nächsten Jahren durchaus realistisch. Und den ganzen Bremsern, die damals diese Ungleichgewichte verschleiert haben. Sprich die ganze Bankenindustrie in den USA. Denen fliegt jetzt im Endeffekt dieser Silbersquiz. Ich möchte nicht sagen um die Ohren. Aber er schlägt zurück. Vor zwei, drei Jahren gab es noch, wo die Ungleichgewichte verschleiert. Da hat er schon solche Videos gemacht. Dass da Diskrepanzen gab. Zum Beispiel, dass da die Bestände in den Comics und so nicht ganz so richtig offen gelegt wurden. Oder immer wieder Silber verschoben wurde. Von dem physischen in das Papiersilber und so weiter und so fort. Und im Endeffekt irgendwann holt sich der Markt sein Recht zurück. Und das sehen wir jetzt mit diesen neuen Hochs. Und die Hochs sind aber natürlich auch ein bisschen fundamental begründet. Weil ähnlich wie beim Kupfer gibt es auch beim Silber in Südamerika, in Peru hier Produktionsrückgänge. Und zwar 43% weniger Produktion im Moment vom Peak. Und Peru ist immerhin das drittwichtigste Silberproduktionsland hinter Mexiko und China. Übrigens, Mexiko sehen wir hier ein massiver Silberproduzent. Ist auch wichtig zum Beispiel, wenn man Mexiko-Anleihen hat. Dieses Land hat hier durch Rohstoffe ist es ziemlich gut gedeckt. Aber ist nochmal ein anderes Thema. Insgesamt das globale Silberdefizit ist 17% gestiegen im Jahr 2024. Das heißt, die aktuelle Bewegung vom Silber ist fundamental gut begründet. Und besonders spannend, das Gold-zu-Silber-Ratio ist nach unten ausgebrochen. Das heißt, Silber steigt relativ zu Gold und könnte noch weiter steigen. Wenn man sich das mal so überlegt. Eine Gold-Unze ist über 2000 Euro wert und eine Silber-Unze ist noch nicht mal 30 Euro wert. Dieser massive Unterschied von Faktor 73 war historisch betrachtet deutlich geringer schon mal. Von daher hat das Silber noch hohes Potenzial gegenüber dem Gold. Ganz zum Schluss, Gold-Silber-Kupfer-Aktien. Wo könnte man jetzt hier investieren? Wir sehen zum Beispiel zunächst mal hier die Kupfer-Aktien. Die sind schon nach oben ausgebrochen. Normalerweise die Kupfer-Aktien und die Gold-Aktien waren überall viele Jahre ziemlich parallel. Und wir sehen, dass jetzt die Gold-Minen-Aktien etwas zurückbleiben. Und die könnten hier noch Nachholbedarf haben. Und wenn wir mal schauen, wie viel die Gold-Minen-Aktien und Gold insgesamt in globalen Portfolien vorhanden sind, dann sehen wir, dass es im Moment nur bei einem Prozent liegt. Also die Portfolios sind voll mit Technologie-Aktien, mit Anleihen, mit all solchen Sachen. Aber wenig mit Gold und mit Edelmetallen. Und das war schon mal anders. Das war schon mal 1948 bei 30 Prozent. Stichpunkt Währungsreform. Das war schon mal bei 26 Prozent. 1981 Stichpunkt Silversqueeze. Und natürlich auch in diesen schwierigen 20er Jahren war es auch deutlich anders. Es muss nicht auf 20 Prozent kommen, aber es reicht ja schon, wenn es mal auf 2, 3, 4 Prozent hoch geht, da sieht man halt, was es für ein Potenzial hat in Krisen, Gold und Silber. Warum hinken Junior-Minen-Unternehmen generell hinterher? Anfangs fließt Geld natürlich in größere, liquidere Gruppen, zum Beispiel in das Gold und Silber selbst. Und dann erstmal in die größeren und liquideren Unternehmen. Also wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dann erstmal einfach Gold kaufen oder Silber kaufen. Und dann erstmal in größere Minen investieren. Und die kleinen Minen, die laufen normalerweise hinterher. Und da ist noch zu sagen, dass die Anleger von den Minen, die sind jetzt 20, 30 Jahre enttäuscht worden. Und weil mit den Minen war einfach nichts zu holen. Es war was zu holen mit Apple und mit Amazon, mit all solchen Aktien. Oder selbst in den 80er, 90er Jahren noch mit Anleihen, was damals das Smart Money war. Einfach in Anleihen gehen, jetzt natürlich nicht mehr. Da hatte ich das letzte Video. Aber die Minenanleger, die wurden jahrzehntelang enttäuscht. Und deswegen liegt hier eine Skepsis vor. Und wenn wir schauen, Silber ist vorgelaufen, jetzt hat Gold überholt. Gold ist hochgelaufen und die großen Minen fangen langsam anzulaufen. Und die Junior-Minen seit dem Jahr 2023 kommen so langsam. Und wir schauen jetzt ein bisschen auf Goldminen. Und zwar habe ich mir da einen Junior-Minen-Silber-ETF rausgesucht. Zunächst mal sehen wir hier Junior-Minen verglichen mit Senior. Also kleine Silber-Minen verglichen mit großen Silber-Minen. Wir sehen so die letzten drei Jahre einen Seitwärts-Trend. Und es könnte sein, dass die kleinen Silber-Minen langsam ausbrechen gegen die großen. Es muss aber nicht sein. Es reicht auch, wenn es seitwärts läuft. Oder man kann sich die ein oder andere kleine dazuholen. Für Anfänger denke ich, ist es eh besser, eher bei den Größeren zu bleiben. Ich habe hier mal so einen Junior-Silver-Miner-ETF angeschaut. Der heißt Amplify. Der hat auch eine ganz gute Performance. Relativ 65% in fünf Jahren. Nicht spektakulär. So ähnlich wie eigentlich der gesamte Markt von diesen Silber-Minen so ein bisschen hinterherhinkt. Und wenn wir da mal auf die größten Positionen schauen. Das habe ich mir hier einfach mal rausgeholt. Das kann man googeln. Das ist alles öffentlich. Dann sehen wir hier die größten Positionen. Pan American Silber. Harmony Gold Mining. Kerr Mining. Heckler Mining. Dann sowas hier. Der Illiquid ist Sia de Minas Buenaventura. Silber Crest Metals. Wet and Presence Metals. Aya Gold. First Majestic. Artemis Max Silber. Und auf ein paar große und auf ein paar mit schönen Trends habe ich hier mir mal die Charts rausgesucht. Und die möchte ich jetzt mal zeigen. Erstmal Pan American Silber. sehen wir hier wie das schön angestiegen ist dieses Jahr. Das ist so ein Favorit von Rick Rule. Und wir sehen das hier bei diesem Widerstand angekommen. Hat den überwunden. Also ein sehr schöner Aufwärtstrend von Pan American Silber. Von einem relativ großen. Dann hier die Harmony Gold Mining. Ähnlich ist auch hier ein schöner Aufwärtstrend. Aber noch besser als Pan American Silber. Hat da hier ein Aufwärtstrend. Eine Konsolidierung wie das ganze Gold und Silber. Und jetzt wieder einen neuen Aufwärtstrend. Und wir sehen hier nach meiner Momentum Methode, die Sie auch vom Feierabend Depot kennen. Die letzten zwölf Monate sind wichtig der Trend. Und da hat es jetzt einen guten Trend. Und sieht deswegen gut aus. Ähnlich gut sieht es bei Curl Mining aus. Hat natürlich ein bisschen mehr Volatilität. Und hat nicht diesen jahrelangen Aufwärtstrend. Sondern eher so wie Pan American Silber von einem tiefen Niveau gekommen. Und Aya Gold hat auch einen sehr schönen Aufwärtstrend mit Minen in Marokko. Die hatte ich schon öfters mal besprochen. Und ganz zum Schluss Eldorado Gold sehen wir hier. Auch hier das letzte Jahr schönen Aufwärtstrend. Und hat ein massives Aufholpotenzial. Hier ein bisschen längeren Chart. Wir sehen mal, wo die Aktie war. 2012 noch über 50 Dollar. Im Moment steht sie bei 16. So, das war ein Blick auf diese Silberminen und Goldminen. Und das ist ja nie so ganz klar trennbar. Weil meistens fördern die nicht nur Silber, sondern es ist immer eine breite Palette. Dann ist ein bisschen Gold dabei. Und dann ist auch Kupfer dabei und alles Mögliche. So, ganz zum Schluss noch ein Angebot auf meinen Optionskurs. 20% Rabatt bekommen Sie mit dem Gutscheincode UNI. Und das alles finden Sie unter dem Video. Der Videokurs. Ich hatte gerade ein Seminar in Frankfurt am letzten Freitag. Danke an alle, die dabei waren. Es hat viel Spaß gemacht. Und ich hatte nur positiven Feedback, dass es wirklich einen echten Mehrwert gebracht hat. In meinem Optionskurs bringe ich eins zu eins meine Strategien zum Optionsmarkt rüber, die ich hier selber gehandelt habe. Seit zwei Jahren habe ich ein Depot von 30.000 Euro auf 56.000 Euro hochgetradet. Mit ganz klaren Regeln. Und Sie bekommen da ein Masterfile zum Üben, was genauso aussieht wie meine Plattform. Dass Sie diese ganzen Reiter hier alle haben. Und diese ganzen Sachen zum Portfolio kontrollieren. Zum Beispiel hier oben die Margin-Auslastung ganz wichtig. Und dann können Sie meine Strategien eins zu eins umsetzen. Und Sie können zunächst im Paper-Trading-Modus üben. Und ganz aktuell für die Leute, die in einem Workshop dabei waren am Freitag, da hatten wir eine neue Position aufgesetzt im Workshop. Das war die Supermicro-Computer-Index. Und mit der bin ich jetzt schon 13% vorne. Und auch habe ich einen Gold-Strangle für die ganzen Gold-Fans. Da profitiere ich einfach davon, dass die Voila immer wieder zerfällt von dem Gold. Und einfach der Zeitwert von den Optionen bin ich jetzt auch schon 25% im Plus. Wie gesagt, da gibt es ein Angebot. So, dann komme ich zum Fazit dieses Videos. Die Inflation wird bleiben. Es sieht so aus, auch wenn sie natürlich nicht mehr auf dem hohen Niveau ist wie vor zwei, drei Jahren. Und dass die Inflation bleibt, dafür haben vor allen Dingen die Notenbanken gesorgt. Und zwar weltweit ist es eigentlich so ein Wettrennen. Wer immer das meiste Geld drückt und wer die Wirtschaft dann ein bisschen stimuliert, der hat das meiste Wachstum. Das sehen wir ja gerade im Moment. Die USA stimuliert massiv. Deutschland spart eher und das führt dann eher dazu, dass, also wir sparen nicht wirklich, aber verglichen mit den USA, die geben halt noch mehr Geld aus. Und das führt halt dazu, dass dann denen ihre Wirtschaft noch besser läuft. Und im Endeffekt ist es ein Wettrennen. China ist hier auch kein Kind von Traurigkeit. Ein Wettrennen der globalen Notenbanken, die alle möglichst viel Geld drucken. Und das führt im Endeffekt dazu, dass die Rohstoffe abheben. Und nachdem das Gold angefangen hat, kommen andere Rohstoffe hinterher, auch Kupfer. Das deutet nicht auf eine Rezession hin, widerspricht der invertierten Zinskurve. Aber es ist nicht immer so, dass invertierte Zinskurven in eine Rezession führen müssen. Es gab schon auch Gegenbeispiele, zumal die Zinskurve im Moment etwas manipuliert ist. Durch die Notenbanken auch. Und Silber ist im Moment so, dass es am meisten ausbricht. Hat sehr viel Nachholbedarf. Und da zum Schluss, apropos Nachholbedarf, habe ich dann einige Silber- und Goldminen vorgestellt, die im Moment gut laufen. So, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie dem gerne ein Like oder schreiben einen Kommentar unten rein. Und zum Schluss kommt nur noch der Haftungsausschluss. Dieses Video ist keine Anlageempfehlung. Natürlich ist es riskant, in diesen Aktien zu investieren. Ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Das ist immer auf Ihre eigene Verantwortung. Und lese ich das mal alles ganz genau durch. Danke fürs Zuhören. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.